Sogenannte Classic Cars sind beliebt wie nie. Aber echte Oldtimer brauchen Aufmerksamkeit und viel Fachwissen. Norbert Schröder ist Experte für Old- und Youngtimer und leitet das Kompetenzcenter Classic Cars von TÜV Rheinland. Hier ist vielleicht in NRW die größte Sammlung, Anhäufung von klassischen Automobilen in der Klassikremise. Wir sprechen auch gerne vom Tempel der Emotionen und hier finden eben diese Automobile ihr Zuhause. Hier in den Glasboxen, das sind Privatbesitzer, die im Prinzip eine Garage gemietet haben und ihr Auto hier entsprechend ordnungsgemäß und ordentlich abstellen können. Zahlreiche Privatsammler und Museen vertrauen den Profis vom Kompetenzcenter Classic Cars. Seitdem Werte da sind und die berühmte schnelle Mark zu machen ist, sind auch Fälscher unterwegs. Und ja, es wird immer schwerer für uns als Gutachter auch das Original von der Dublette zu unterscheiden. Ist also ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Die Spezialisten von TÜV Rheinland unterstützen bei Wertgutachten, Schadengutachten sowie bei der Kaufberatung. Den Wert eines Fahrzeugs, zum Beispiel die Classic Car-Tags, objektiv und unabhängig zu ermitteln, ist detektivische Kleinarbeit. Das Auto ist uns angeführt worden, genau mit dem Attribut Originaler Zustand. Wir sind jetzt hier, wir müssen das Auto gutachterlich unter die Lupe nehmen und versuchen herauszufinden, ist es denn wirklich an dem. Und dann ist dieses Auto unberührt. Und das fängt so rein äußerlich damit an, dass man natürlich sagt, man guckt ja auf den Lack. Das ist die Lackart, die es tatsächlich gab. Mit einem Lackschicht-Messgerät können wir im Prinzip bis aufs blanke Blech schauen. Und so gehen wir sukzessive alle Details durch, kriechen förmlich, arbeiten und so von außen nach innen. Ein bisschen detektivischer Arbeit. Fahrzeuge, die vor mehr als 30 Jahren erstmals zugelassen wurden, können das Historienkennzeichen erhalten. Doch nicht jedes alte Schätzchen ist ein kraftfahrttechnisches Kulturgut. Deshalb lohnt sich ein Oldtimer-Wertgutachten von den TÜV Rheinland-Experten. Sie checken, ob sich der Aufwand einer Restaurierung lohnt und vermitteln Kontakte zu Oldtimer-Fachbetrieben. In den letzten Jahren war die Preisentwicklung enorm, was die Kaufentscheidungen für Laien erschwert. Das hier ist wunderschön zu erklären, das Thema Fälschung. Wir haben hier einen BMW 327. Das ist das günstigere Modell. Liegt heute in dem Marktwert 60.000, 70.000 Euro. Und danach ist ein Modell BMW 328 gebaut worden. Ist berühmt geworden durch den Einsatz bei der berühmten Mille Meer. Und deshalb ist er auch total begehrt. Das heißt, aber dieser 328 basiert exakt auf diesem Modell. Also, was macht man? Man wirft diese Karosserie runter, wird weggeworfen. Der Rahmen wird modifiziert nach den Spezifikationen. Entsprechende Karosserie kommt drauf. Ja, und schon hat man dann ein Auto eventuell für 600.000 Euro am Markt. Ein Wertgutachten kann vor überteuerten Fehlkäufen bewahren. Und wer bereits ein Classic Car, einen Oldtimer oder Youngtimer in der Garage stehen hat, den schützt ein TÜV-Zertifikat im Versicherungsfall vor herben Verlusten. Geprüft werden sicherheits- und umweltrelevante Faktoren. Besonders wichtig, die Bremsleistungen an allen Rädern. Defekte Bremsen gefährden die Sicherheit im Straßenbereich.